Guten Morgen zusammen heute, zwei Minuten später, als geplant Technik muss laufen, sonst funktioniert das hier alles nicht. Von der Seite her heute ein bisschen später in die Märkte hinein. Ich habe es avisiert in meinem kleinen Preview-Video und auch im Blog. Heute geht es um US-Dollar, japanisches Yen. Wir schauen in das WTI und wir blicken natürlich in den italienischen Aktienindex, bevor wir dann danach auf die große Chart-Analyse gehen. Natürlich jede Woche das gleiche große Bild betrachten im DAX, in den US-Indizes, gerne auch in dem ein oder anderen Wunschmarkt. Das alles hier gleich live, bevor wir dann im zweiten Teil der Freitagssession in den Part gehen, wo wir entweder etwas Edukation machen oder, so wie heute, wichtige Konjunkturberichte beleuchten. Wir machen das nachher so nach, ja sag ich mal, zwischen drei Viertel und um neun mit dem Blick in das Biesburg, das ist diese Woche wieder veröffentlicht worden und zeigt uns, wie es um die US-Wirtschaft steht. Und natürlich, gestern hatten wir EZB, ich mache auch noch einen kurzen Abriss über die Dinge, die hier gelaufen sind. Bevor wir ins Webinar starten, ein herzliches Willkommen auch hier allen Live-Zuschauerinnen und Zuschauern an dieser Stelle. Danke für die lieben Grüße hier. Guten Morgen, Olaf, Elena, Wolfgang, Hans, Mayer. Schön, hier viele Zuschauer zu haben. Wer mag, gerne, ich lade immer wieder dazu ein, in die Chats auf Facebook hier oder auch im GoToWebinar die ein oder andere Frage oder den Wunschmarkt mal reinzuschreiben, dann gehe ich gerne auch darauf ein. Zuvor der Risikohinweis, den bitte ich in Gänse zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir rein in den heutigen Tag mit einem Blick in die wichtigsten Nachrichten. Ich nehme an, den ein oder anderen, der hier immer up-to-date ist, der weiß ist, heute ist der Freitag der Non-Farm-Payrolls. Das heißt, aus den USA bekommen wir die Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft. Wir bekommen auch noch dazu die Arbeitslosenquote. Und wir haben heute Morgen schon, wir sehen es hier, Daten zur Industrieproduktion in Deutschland bekommen. Da ziehe ich die Live-Daten natürlich gleich auch noch mal rein hier. Ich muss nur noch mal das Fenster aktualisieren mit den entsprechenden Kursdaten. Und dann haben wir es sofort auch mit auf der Uhr. Heißt also, um 8 Uhr hatten wir hier die Industrieproduktion in Deutschland und die Handelsbilanz. Und das hat uns Folgendes gezeigt, die Industrieproduktion, da hatten wir hier eine Prognose eines Rückgangs von 0,4. Hier haben wir eine Industrieproduktion aktuell für den Monat April von minus 1,9. Das ist also ganz schön ordentlich. Bei der Handelsbilanz sind erwartet worden 18,6 Billionen und es waren am Ende 17. Also beide Werte hier schlechter ausgefallen als erwartet. Wie geht es weiter? Was kommt heute im Laufe des Tages noch? Ein paar Informationen aus Großbritannien hier zum Halifax Hauspreisindex. Übrigens Großbritannien heute geht Theresa May den ersten Schritt, den sie gehen möchte oder muss, um ihren Job auch aufzugeben. Das wird heute im Laufe des Tages auch immer wieder durch die Medien gehen. Was danach kommt, das ist das, worauf die Märkte spekulieren. Es könnte sein, dass es ein Hardliner wird und dann könnte wieder richtig Druck auf den Kessel mit Blick auf das Thema Brexit kommen. Wir lassen uns überraschen. Den Märkten wird sowas wahrscheinlich nicht ganz so gut gefallen, aber wir schauen, was die Zeit hier bringt. Dann geht es weiter am Nachmittag. Da gibt es um die Arbeitslosenquote noch ein paar Informationen zum Thema der Stundenlöhne. Das ist wichtig. Das sind auch Dinge, die immer wieder in die US-Konjunkturberichte einfließen. Wenn die sich verändern, dann könnte das Ganze durchaus Auswirkungen auch auf die wirtschaftliche Gestaltungsweise haben. Dann gibt es hier heute am Abend, wie immer noch hier, wir sehen es, den Blick in die COT-Daten. Das Ganze, wie immer, freitags um 21.30 Uhr. Und damit würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein in die aktuellen Charts hier. Wir fangen jetzt noch nicht mit dem WTI an. Wir blicken erst einmal hinein in den italienischen Aktienindex. Ich muss jetzt nur fix das Fenster richtig aufmachen. Kurzen Augenblick. Hier haben wir Italy. Da haben wir den Chart. Aber das war der falsche. Hier ist er drinnen. Wir sehen hier schön den Tagesschart vom italienischen Aktienindex. Wir sehen es aktuell. Der Markt läuft nach unten. Wir haben hier laufend einen stark gut ausgeprägten Abwärtstrend. Und wir sehen, das hier ist die Kerze des gestrigen Handelstages. Und was ist das? Innerhalb der tiefen Korrektur eine deutliche Umkehrsignallage. Und wenn sich diese Signallage bestätigen sollte, dann ist das ein untrügerisches Zeichen, dass die Bewegung in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends wieder losgeht. Mit Blick in die letzte Bewegung hinein, beziehungsweise in den Lauf der Korrektur, kann man hier sagen, der Markt hat das Potenzial noch nicht ganz ausgereizt. Das heißt, wir haben hier im Hoch bei 20.394 Punkten zwar weit, weit korrigiert, aber rein aus technischer Sicht hätte der Markt im Sinne dieses Abwärtstrends noch Potenzial bis hier oben zum letzten Korrekturhoch bei 20.679 Punkten. Also es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie sich das ganze Bild hier gestaltet. Wenn wir hier Intraday trotzdem stärker reinbekommen sollten, dann wäre es mal interessant, die Oberseite mit zu betrachten. Das heißt hier, wenn wir Intraday hochlaufen, hier oben ist gestern ordentlich Verkaufsdruck aufgekommen. Vielleicht passiert das heute wieder. Mit Blick auf das etwas größere Bild hier, das sind die Swings, die wir immer schön auch mitnehmen können. Da wird es wirklich interessant. Laufen die Kurse tatsächlich hier unter das Tagestief vom Mittwoch? Das liegt um die Marke von 20.028 Zählern. Dann haben wir schön die Korrektur nach unten am Laufen und Anlaufpunkte sind dann hier das Tagestief. Das ist auch ein Swing Low im Stundentrend bei 19.738 Punkten, hier gefolgt von 19.583. Und dann stehen wir schon wieder unten am aktuellen Trendtief. Das heißt hier bietet sich wirklich schön der Handel aus der Korrektur in Richtung des laufenden Abwärtstrends mit an. Mit Blick auf die tiefere Gestaltung der Ganzen. Das heißt, wenn es dann danach weitergeht, das nächste Support Level haben wir hier unten liegen. Hier haben wir es gesehen, um die Marke von 19.266, also irgendwas um die 19.250 Punkte Marke. Da haben wir den nächsten Support, wenn das Ganze hier in diese Richtung bricht. So, hier machen wir es mal rein und das Ganze mal noch als grün und dann passt das auch in den Kontext. Also wird das Ganze hier gebrochen. Das heißt, wenn der Swing wirklich schön anläuft und die Märkte gehen weiter in die Knie, wäre dann nach dem Tief des aktuellen Trends der nächste Support hier um die 19.250 Punkte Marke. Das Ganze wie immer mal noch im Blick hier auf die Stunde hier sehen wir es. Der Aufwärtstrend hier in der Stunde ist noch nicht gebrochen. Deswegen hatte ich avisiert, die Marke hier, das Tagestief von vorgestern, den bekommt eine sehr, sehr wichtige Aufgabe zu Tage. Heißt also, wenn es drunter läuft, ist das der Bruch und dann haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir weitere Kurssenkungen sehen. Kommen wir allerdings hier aus der tiefen Korrektur raus, dann wie schon gesagt hier oben, das Tagesuch wird interessant. Das heißt, im kurzfristigen Trading-Bereich, wir werden sehen, wie der Markt nachher auch aufmacht. Wäre das jetzt hier interessant, wenn wir in den 5 Minuten plötzlich eine Umkehr sehen und sich hier ein Aufwärtstrend etabliert. Das wäre dann die Chance innerhalb des Stundentrends, das heißt, da gibt der Stundentrend die Richtung vor, hier den Markt nach oben zu traden. Also es ist auch hier wieder sehr interessant für viele, viele Händler. Heißt also an dieser Stelle hier in den 5 Minuten, wenn Folgendes passiert. Hier haben wir den ersten Schub nach oben gehabt, danach die korrektive Phase. Und wenn wir dann hier in den 5 Minuten den Schub nach oben finden sollten, dann wäre das das Zeichen, dass wir eine Umkehr bekommen und wir hier in den Markt mit reinlaufen. Und das Ganze dann schön zum Traden in die Long-Richtung nutzen können. Kurzfristig bitte nur, weil wir sind übergeordnet immer noch Short. Heißt also hier, das wird ein Quickie in diesem Bereich. Wuchs sind Anlaufpunkte. Wir sehen es in den 5 Minuten. Hier oben sind wir drüber. Hier kommt Nachfrage. Hier kann Nachfrage kommen. Also diese Marken sind im 5 Minuten Chart ersichtlich. Und das wird dann sehr sehr spannend und interessant zum Traden auch mit nützbar sein. Das also hier mit Blick in den italienischen Aktienindex. Sondern gehen wir rüber zum Rohstoff bzw. auch zur Währungsseite. Wir starten hier an dieser Stelle einfach einmal mit dem Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Das ist sehr sehr interessant, was hier geschieht. Wir sehen es auch hier. Der Markt nach diesem schönen Lauf nach oben in einem starken Abwärtstrend verbunden. Untergeordnet ebenfalls hier. Das ist der Bewegungstrend, den wir sehen. Den kann man auch als separaten Trend nutzen. Also je nachdem, wie eng sie den Markt traden, ist entweder der eine oder der andere ihr Richtungsgeber. Am Ende macht das jetzt keinen großen Unterschied, warum beide laufen in die gleiche Richtung. Und beide sind in der weiten Bewegung verortet. Und das ist jetzt interessant. Nach diesem starken Schub hier nach unten, sage ich mal, läuft der Markt hier so ein bisschen seitwärts. Er testet immer mal den Tiefbereich um die 107,8. Dann haben wir hier oben den Deckel aktuell so drauf, wo wir noch nicht so richtig drüber wollen. Dann bei 108 knapp 5. Das sind so die Marker unten und oben. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, was kommt hier ins Gänge. Das heißt, bekommen wir eine Korrekturausdehnung über die Preisseite nach oben hin. Dann haben wir als nächsten Anlaufpunkt hier das Ausbruchslevel stehen. Das liegt hier um die 109,018. Also hier an dieser Stelle, als sich dieser übergeordnete große Trend fortgesetzt hat, beziehungsweise gebildet hat. Die erste starke Dynamik hat sich dort an dieser Stelle zur Trendbildung ausgearbeitet. Beziehungsweise, wenn wir uns mal diesen untergeordneten Aufwärtstrend anschauen, dann wäre das hier ungefähr eine Marke um die 50% Korrekturlevel. Das aktuelle Trend hoch vom Korrekturtrend liegt hier oben bei 109,9. Also wir könnten hier, wenn wir erst einmal hier drüber gelaufen ist, die Ausdehnung auch weiter nach oben sehen. Es kommt also immer so ein bisschen drauf an, wie tief läuft denn so eine Korrektur. Das Potenzial nach oben ist auf alle Fälle da, aber momentan kommt der Markt hier nicht so richtig vom Fleck. Also es ist wichtig, dass wir die Entscheidung abwarten. Und wenn diese Entscheidung kommt, dann sind wir bereit mit unseren Setups. Auf der anderen Seite, wenn wir hier von dieser Marke immer wieder nicht wegkommen und nach unten abprallen, gibt uns das natürlich die Chance aus dem kleineren Bild heraus betrachtet. Ich skizziere das hier mal ganz kurz, diesen untergeordneten Trend, den mache ich mal Mangenta-Farben, damit wir hier den Gleichlauf sehen. Das heißt hier, das ist der Trend, der die Bewegung darstellt. Und wenn wir das hier sehen, in diesem Bereich kommen wir nicht über diese Marke drüber, dann sehen wir hier möglicherweise aus dem Korrekturverlauf heraus die Aufnahme der Bewegung nach unten hin. Und das wäre dann aus dieser leichten kleinen Korrektur, wo wir hier im Stundentrend auch dieses Hin- und Hergetinge sehen, der Punkt, dass wir wieder rumdrehen können. Und bricht der Markt unter dieses Level fort, setzt sich dieser ganze Trend fort, wird diese Unterstützung hier gebrochen, die wir dann später zum Widerstand. Und hier sehen wir es schon, das Jahrestief haben wir ja unten liegen bei 104,753. Und wenn wir diese Marke brechen, dann ist nichts mehr, was hier zum Aufhalten da ist. Das heißt, da könnte es durchaus schöne Dynamik auf die Unterseite geben. Das zeigt uns hier Euro, nein, es zeigt uns hier US-Dollar, japanischer Yen. Und auch hier, weil ich die Stunde angesprochen habe, blicken wir eben mal in die Stunde rein. Ich zoome das ganze Chartbild mal etwas weiter zusammen, dass wir die Historie auch gut erkennen können. Und hier sehen Sie, was ich meine, das ist dieser Seitwärtslauf, den wir hier seit ein paar Tagen sehen. Und da ist nur hin und her getingelt, das ist die Trading Range. Und hier kommt es jetzt wirklich darauf an, hält sich der Markt hier oben, baut er hier stärker auf, dann könnte es die Dynamik nach oben geben. Und das wäre dann, liebe Traderinnen und Trader, der gute Zeitpunkt zu sagen, wir nehmen die Stunde als Richtungsgeber und traden das Ganze aus den 5 Minuten, dann zur Oberseite hin. Und das ist halt die Sache, wenn das hier wirklich ein Aufbau von Druck ist, dann wäre das Ganze interessant, weil das wäre dann das kurzfristig bullische Zeichen. Und das haben wir dann die Anlaufpunkte hier im Widerstand, beziehungsweise hier oben im letzten Korrekturhoch auch der Stunde. Und das Ganze noch mit dem Blick in die kleineren Zeiteinheiten. Und da sehen wir es, der Markt hat sich hier noch nicht wirklich entschieden. Wir sehen es hier, ich zoome auch das mal noch ein kleines bisschen kleiner, damit wir mehr Historie sehen können. Also wir haben hier im großen Bild schon schön den Schub nach oben gehabt. Jetzt ging es wieder runter, dann ging es wieder hoch. Also hier dieses Hin- und Hergetingel ist definitiv immer noch weiterhin vorhanden, beziehungsweise in Entstehung für eine Entscheidung. Wie schon gesagt, wenn der Markt tatsächlich oben drüber läuft, dann haben wir hier die Aufwärtsdynamik und die können wir dann schön zum Traden für die kurzfristige Longseite mit benutzen. Das also hier zu dem Euro, nein zum US-Dollar-Yen. Was habe ich denn heute nur mit dem Euro-Yen? Keine Ahnung. Auf alle Fälle gehen wir jetzt mal weg von den Währungen und blicken hier ins WTI. Das Ganze selbstverständlich erst einmal für die heutige Trading-Idee. Und danach schauen wir uns das Gesamtbild auch nochmal an. Das Gesamtkonstrukt, was wir hier haben, heißt also an dieser Stelle, wir blicken hier auf aktuell den korrektiven Verlauf innerhalb des aktuellen Abwärtstrends im Öl. Und damit haben wir hier die Chance einer Korrekturausdehnung. Aber, und ich muss jetzt an dieser Stelle wieder aber sagen, ganz so einfach ist das nicht zu handhaben, dass man einfach sagt, okay, man hat ja schöne Bilder mit einem schönen Aufstieg. Wir haben auch hier eine Seitwärtsrange und zwar haben wir hier die Kerze vom Mittwoch, ist das glaube ich hier die Kerze, genau das war der 5. Juno. Das ist der Außenstab und seitdem läuft der Markt innerhalb dieses Außenstabes. Aber, und das ist die gute Nachricht, er sammelt sich oben. Er sammelt hier oben Kraft. Das ist eine positive Kerze, die auch heute wieder entsteht. Wir werden in der Stunde gleich sehen, was ich damit meine. Und wenn sich diese Kraft nicht nur sammelt, sondern auch an den Märkten ausprägt, also ausgespielt wird dieses Handelsszenario, dann haben wir ganz klar erst mal kurzfristig etwas, was Dynamik bringen kann. Wir haben hier Tageshochs liegen. Das sind auch wichtige Hochs. Jetzt mit Blick in den Stundentrend, das könnte ordentlich Dynamik reinbringen. Wir haben hier diesen Bereich um die 54, 52 als hoch. Da könnten wir schön Dynamik nach oben sehen und möglicherweise einen etwas tieferen Rücklauf. So etwas haben wir ja im Öl schon öfter mal gesehen, dass der Markt doch tiefer korrigiert. Einfach nach so einem starken Rutsch nach unten. Und wenn wir uns das Ganze mal mit den Fibonacci-Levels auch anschauen, mal die Bewegung hier an dieser Stelle ausmessen. Nicht wundern, ich habe die Fibonacci-Levels hier für mich ein bisschen angepasst. Heißt also, ich schaue hier, was sind denn tiefe Korrekturen, mitteltiefe Korrekturen. Und wenn wir mal sehen, die 50% der Korrektur haben wir hier irgendwo um die 55 Dollar Marke. Dann sehen wir, dass wir da kurzfristig doch ein bisschen was an Potenzial nach oben haben. Gut, wenn sich der Markt gleich wieder anders überlegt, dann haben wir, wie schon gesagt, den Weg nach unten erstmal. Hier unten haben wir es ja liegen. Nehmen wir mal kurz das Fibonacci-Level hier raus. Ich hoffe, ich erwische es. So, Fibo löschen. Weg ist er, ganz genau. Dann haben wir schon im kurzfristigen Bereich erstmal wieder den Blick in das Supportband hier unten bei 51,10. Und darunter, dann schauen wir hier auf einen weiten, weiten Verlauf. Wir sehen es hier auf der Unterseite. Wenn diese Marke tatsächlich unterschritten wird, dass jetzt nur das kurze Luftholen ist und der Markt hier wirklich keine Kraft findet, ja, dann sehen wir uns hier im Markt etwas vor einer großen, großen Lücke stehen. Auch hier wenig zum Aufhalten da. Das nächste Supportband oder das nächste Support-Level haben wir dann hier unten an diesem Trend tief, auf diesem starken Aufwärtstrend, den wir hier hatten. Und das haben wir hier bei der Marke um 44,20. Dazu noch hier das Tief aus dem vergangenen Jahr bei 42,15. Bis dahin ist noch viel Platz, aber das zeigt uns mal, welches Potenzial dieser Abwärtstrend aus rein technischer Sicht noch haben kann. Der Markt muss es einfach nur spielen. Und auch hier habe ich versprochen, wir schauen mal in den Stundenchart rein. Und im Stundenchart sehen wir aktuell ein sehr, sehr, sehr interessantes Muster. Wir haben hier, schaut euch das mal an, ein Sammeln auf wirklich, wirklich hohem Niveau. Hier kommt so langsam eine Situation zustande, wo durchaus ersichtlich ist, dass der Markt nicht runter will, sondern eher über die Hochseite will. Und das wäre sehr, sehr interessant, dieses Ganze hier zu nutzen. Wir haben hier nach diesem schönen, starken Aufwärtsschub hier, schaut euch mal an, wir haben hier ein Dreieck, was sich hier oben bildet. Und zwar hat dieses Dreieck auch diesen Charakter eines bullischen Zuges, eines kurzfristigen bullischen Zuges, weil es hier, wir sehen es, innerhalb dieser Aufwärtsdynamik verortet ist. Und wenn sich das Ganze wirklich weiter nach oben spiegelt, dann haben wir die Chance hier, diese Marker oben rauszunehmen und das könnte kurzfristig schon für ordentlich Dynamik sorgen. Und das Schöne an diesen flachen Kursmustern ist ja, dass wir uns relativ eng absichern können. Was heißt, man sichert sich ja immer unter dem Event ab. Und wo ist das Tief des Events? Wir haben es hier unten drunter liegen. Also es ist wirklich eine feine Geschichte, wo man sagen kann, sehr, sehr enge Absicherungsmöglichkeit haben wir da liegen. Und wir können dem Markt hier etwas Dynamik nach oben mitgeben. Das wird wirklich sehr, sehr, sehr spannend, wenn sich das Ganze auflöst. Und das Schöne hier bei Tickmill ist ja, wir können zum einen zu Top-Konditionen handeln und zum anderen hier, wir sehen es an dieser Zahl hier oben, wir können hier problemlos die Kontrakte traden. Das heißt, wir können hier die Zahlen klein oder groß machen. Man kann hier ein Barrel Öl kaufen und das Ganze kann sich wirklich sehr, sehr sehen lassen für eine vernünftige Portfolio-Gestaltung. Und wenn wir uns jetzt hier beim WTI auch schon befinden, mache ich gleich mal noch einen kleinen Ausflug, bevor wir dann die großen Chart-Analysen für die Indizes machen. Hier mal noch das große Bild vom WTI mit anschauen. Das heißt, wir blicken jetzt mal, was hier noch kommen kann. Ich hatte es ja schon gesagt, wenn wir uns hier auch mal die Woche angucken, wir hatten ja hier im letzten Jahr diesen massiven Schub nach unten. Interessanterweise ist der auch an einer schönen Stelle zum Stehen gekommen. Wenn man das mal sieht hier, das war das Jahrestief von 2017. Ja, das war das Jahrestief von 2017. Genau da hat der Ölpreis hier gebremst nach dieser massiven, starken Abwärtsbewegung. Dann ging es nach oben, das war die Gegenbewegung. Jetzt laufen wir wieder nach unten. Das heißt, aus rein technischer Sicht ist es jetzt wirklich interessant, was passiert hier unten in diesem Preislevel, was wir hier aktuell sehen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil wenn diese Marke wirklich so massiv nach unten gebrochen wird, dann haben wir schon das Risiko oder auch die Chance da. Wir können ja als Händler natürlich immer auch die Short-Seite bedienen, dass wir hier nach unten mit durchbrechen. Das ist also mal das Potenzial, was wir nach unten mit haben, was wir nach unten mit sehen. Und das Ganze muss man einfach irgendwo so ein kleines bisschen auf der Uhr mit haben, um die Potenziale für unsere Trades auch mit rauszubekommen. Anzeichen dafür gibt es aktuell noch keine. Wir sehen es an dieser Kerze, die wir hier auf dieser Stelle an der Uhr haben. Das ist jetzt mal der Wochenchart und wir sehen hier mit Blick in den Wochenchart eine deutliche Umkehrkerze. Das heißt, der Markt ist ja aus diesem Support-Level deutlich nach oben gegangen. Und das ist das, was ich gerade auch gesagt habe. Wenn diese positive Tendenz ihre Bestätigung durch einen Fortgang über die Long-Seite bekommt, dann ist das ein Umkehrsignal. Und dann bietet das dann wiederum ein anderes Szenario, nämlich dass der Markt wieder höher steigen kann und dass das ganze Bild mit umdrehen kann. Ich werde natürlich hier immer wieder darauf eingehen. Und wenn sich interessante Märkte hier ergeben, das Ganze dann selbstverständlich auch als aktuelle Handelsidee mit hineingeben. So, jetzt schaue ich mal kurz in die Chats. Fragen gibt es aktuell keine? Ich würde sagen, dann machen wir hier mit dem Stand weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir gehen mal wieder zurück zur Nachrichtenseite. Und bei der Nachrichtenseite machen wir mal weiter mit dem Rückblick auf Termine dieser Woche. Warum machen wir das? Wir machen das aus dem Grund, weil wir wissen wollen, was rausgekommen ist und wie sich das Ganze auch mittelfristig oder jetzt zeitnah auf unsere Werte auch auswirken kann. Beziehungsweise man sieht halt, wenn sich diese Tendenzen dann auch immer verbessern oder verschlechtern in Schüben, dass man dort ein Bild sieht. Und dieses Bild kann sich natürlich dann positiv oder negativ weiter mit abzeichnen. Hier hatten wir am Montag, wie schon gesagt, aus China einen Einkaufsmanager-Index. Diese Woche war die Woche der Einkaufsmanager-Indizes. Hier hatten wir leicht positive Daten, also ein stabiles Bild. In Deutschland das Ganze hier, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, auch ein stabiles Bild. In Großbritannien ist das Ganze rückläufig. Hier sehen wir es im vorhergehenden Zeitraum waren es 53,1, 49,4 waren es jetzt also deutlich darunter. Aus den USA sind die Einkaufsmanager-Indizes, hier der ISM-Einkaufsmanager-Index, vom Montag auch schlechter ausgefallen als erwartet. Am Dienstag dann gleiches Bild in Großbritannien. Der Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe ist ebenfalls rückläufig. Und der Blick in die Verbraucherpreise hier in der EU, das ist auch nicht so schick. Die EZB will das Ganze ja etwas befeuern, aber es kommt nicht so richtig Fahrt auf. Prognose waren hier 1,3 nach 1,7 im Vormonat. Jetzt haben wir hier eine 1,2. Dann ging es weiter am Mittwoch, auch wieder mit dem Thema Einkaufsmanager-Index. In diesem Falle hier in Großbritannien im Bereich der Dienstleistungen. Da ist der Markt etwas besser ausgefallen als erwartet. Hier 51 Zähler, 50,6 waren da. Dienstleistungen sind momentan rund um den Clubes auch sehr gefragt. Das ist also positiv, dass das Ganze hier mit zunimmt. In den USA, ja, da gab es bei den Beschäftigungsänderungen einen deutlichen Dämpfer. Hier nur 27.000 Stellen. Der Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen aus den USA genauso wie in Großbritannien besser als erwartet ausgefallen. Und dann am Mittwoch die schlechten Nachrichten für den Rohölpreis hier. Die Lagerbestände haben massivst zugelegt. Man hat eigentlich mit einem leichten Rückgang gerechnet, aber es waren dann 6,7 Millionen Barrel mehr mit drinnen. Gestern hatten wir dann EZB-Zinssitzung bzw. den Zinsentscheid und danach die Zentralbank-Sitzung mit der Pressekonferenz. Hier um 14.30 Uhr. Zinsen wurden nicht verändert. Das war auch so erwartet worden. Und damit kommen wir zur Planung für die nächste Woche. Montag hier bei uns in Deutschland. Feiertag an dieser Stelle. Findet auch kein Webinar statt. Das nächste Webinar machen wir dann zum Morning Session am Dienstag wie immer um 8.30 Uhr. Aber es gibt natürlich auch ein paar Nachrichten am Montag hier. Viel kommt aus Großbritannien. Wir haben das große Thema Bruttoinlandsprodukt. Wir schauen hier in Großbritannien auf die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Und aus den USA bekommen wir ein paar Infos zu den öffentlichen Stellen. Am Dienstag geht es dann weiter. Auch wieder mit Großbritannien hier ein Blick in die Arbeitslosen, in den Arbeitslosenmarkt. Das heißt die Änderung der Arbeitslosenzahlen und die Durchschnittseinkommen. Dann gibt es am Dienstag um 14.30 Uhr die Erzeugerpreise aus den USA. Da geht es weiter mit dem Mittwoch. Die Woche ist wirklich auch wieder sehr sehr voll. Herr Draghi spricht um Viertel nach 10. Um 14.30 Uhr gibt es hier den Verbraucherpreisindex aus den USA. Und mittwochs wie immer die Rohöl-Lagerbestände. Und am Freitag dann kriegen wir Informationen aus China zur Industrieproduktion. Und aus den USA wird das Thema der Einzelhandelsumsätze näher beleuchtet. Und also eine Woche voll mit wichtigen Nachrichten für uns in Deutschland hier etwas verkürzt. Und damit gehen wir wieder rüber in die Charts und blicken mal in die großen Indizes hinein. Und zwar DAX und Co. Gehen wir rein hier an dieser Stelle. Wir sehen hier den DAX aktuell etwas festklemmend innerhalb der aktuellen korrektiven Phase. Wir sehen es weiterhin. Der Abwärtstrend ist intakt und wurde hier stark korrigiert. Wir sind also weit weit reingelaufen in die korrektive Phase. Das heißt an dieser Stelle, wir müssen mal schauen, was hier oben passiert. Ich nehme mal ganz kurz diese Zeichnungen hier drüben raus. Das war das kleine untergeordnete Bild, was wir uns in der Stunde auch angeschaut hatten, als wir gestern die Marktvorbereitung gemacht haben. Kurz vor der Pressekonferenz und auch hier hat man gesehen, da kam direkt dann Schwäche rein. Hat also gut gefunktioniert. Und wir sehen, die Umkehrkerze von gestern ist ja sehr, sehr stark ersichtlich. Das heißt momentan klemmt der Markt irgendwo zwischen 12.000, naja ich sag mal grob gesagt, knapp 12.100 und 12.000 Punkten irgendwo in diesem Bereich fest. Der Schwungbereich ging hier sogar noch tiefer. Das Tagestief von gestern haben wir gehabt bei etwas unter 11.900 Punkten. Also wir haben hier eine Schwungmarke von 200 Punkten, wo der DAX aktuell seitwärts läuft. Aktuell also hier lehnt sich keiner so richtig aus dem Fenster. Das kann auch ein bisschen was mit dem verlängerten Wochenende zu tun haben. Aber das große Bild, was wir hier haben, ist, dass dieser Aufwärtstrend hier der Grüne gebrochen wurde. Der Abwärtstrend befindet sich in seiner tiefen Korrektur. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie sich das Ganze fortsetzt. Die Bären haben hier immer noch die Vormachtstellung und deswegen an dieser Stelle der Blick hier auf den Abwärtstrend. Nach unten hin haben wir dann natürlich gutes Potenzial, wenn die Bewegung wieder aufgenommen werden sollte. Und wir haben doch einiges dafür an den Märkten, was eventuell Druck auf den Kessel bringen könnten von der Nachrichtenseite. Ich sage nur Handelsstreitigkeiten mit Europa, China, USA. Wir haben das Thema Brexit da. Italien ist auch nicht gerade so der Knaller momentan beim Thema Staatsverschulden. Da droht möglicherweise ein Strafverfahren gegen Italien. Also eine ganze Menge oder ein Defizitverfahren. Da ist einiges da, was die Märkte negativ beeinflussen kann. Deswegen das Ganze hier mit unter dieser Agenda auf der Uhr zu haben. Gehen wir rüber in den US-Markt, starten wir mit dem Dow Jones. Auch hier im Dow Jones weiterhin laufend der Abwärtstrend nach unten. Was wir hier momentan sehen, ist eine laufende Gegenbewegung. Das heißt auch hier klassisch die Korrektur. Wenn wir das mal einfach einordnen wollen, heißt also an dieser Stelle, das hier ist der korrektive Verlauf. Der hat das Potenzial mal ohne weiteres bis hier oben, um die Marke von knapp 25.900 Punkten mit reinzulaufen. Das heißt an dieser Stelle haben wir dort den nächsten Widerstand auch liegen. Diese Marke hier oben, das ist das letzte Korrekturhoch. Und damit sind wir weit, weit gelaufen. Umkehrtendenzen könnten dann dafür sorgen, dass der Markt wieder rumdreht in Richtung der übergeordneten Chart-Situation. Das heißt, wenn es dann rumgeht, haben wir wieder den Weg nach unten laufen. Trendtief haben wir hier aktuell gehabt um die Marke von knapp 24.600 Punkten. Also wenn der Markt tatsächlich rumdreht, das wird wieder sehr, sehr spannend. Dann können wir schön nach unten traden. Und mit Blick in die Stunde wird uns dann auch wieder sehr, sehr schön verraten, wer hier an dieser Stelle nach uns verkauft. Wir haben hier schön die Trendlevel liegen, wo wir das Ganze gut und gerne sehen können. Also das wird sehr, sehr spannend hier an dieser Stelle, wie sich das Ganze weiter auswirken wird. Wir haben ja immer noch so ein bisschen die Problematik, dass die USA mal wieder neue Strafzölle aufgelegt haben. In diesem Falle trifft es Mexiko wegen der ganzen Flüchtlingsgeschichte. Mal sehen, was da draus wird. Auf alle Fälle hier der Dow Jones weiterhin im Abwärtstrend, wenn auch in der aktuellen Handelswoche, doch mit einem massiven Kurszuwachs. Entwarnung gibt es aber erst, wenn wir hier oben über dieses Korrekturhoch drüber laufen. Das heißt, wenn sich der Markt über den 25.900 Punkten stabilisiert, dann haben wir hier erst einmal diese Abwärtsphase rausgenommen. Und wenn sich dann ein neuer Aufwärtstrend bildet, das wäre die Geschichte nach oben hin. Da reden wir aber frühestens nächste Woche drüber. Diese Woche wird das wahrscheinlich überhaupt nichts mehr, weil wir einfach, wenn überhaupt, nur einen Schub drüber sehen und noch keine Trendbildung. Das also hier, der Blick in den Dow Jones, der Blick in den S&P 500 zeigt uns ein ähnliches Bild. Wir haben also hier schön am Laufen die Abwärtsbewegung hier und das Ganze in die korrektive Phase auch mit reingenommen. Also auch hier weiterhin die SKS wurde nach unten gebrochen, aber wir sind weit zurückgelaufen. Korrektive Phase aktuell wichtig hier oben, diese Marke um die knapp 2000, naja, man guckt mal rein hier, was haben wir oben gehabt? Das High war knapp unter der 2.900 Punkte Marke. Das heißt, hier oben haben wir das aktuelle Trend hoch, dieses Korrekturtrends liegen. Bis dahin könnte sich aus trendtechnischer Sicht die ganze Korrektur auch noch auswerten. Umkehrsignale allerdings wären dann so zu sehen, dass wir wirklich den Markt nach unten traden sollte in Richtung des laufenden Trends. Potenziale dann selbstverständlich hier unten. Das Trend tief aktuell hier bei 2.700, wo haben wir es liegen? 2.749, also knapp 2.750 Punkte. Das ist hier das Low hier an dieser Stelle hier mit drinnen. Und damit ist das Potenzial auch gegeben, wenn der Markt rumdreht, schön nach unten aus tiefen Korrekturen heraus. Das macht dann Spaß. Wie schon gesagt, die grobe Entscheidung, ob dieser Abwärtstrend weitergeht oder nicht, wird der Markt treffen. Wenn wir hier oben über die 2.900 Punkte Marke drüber laufen, auch hier das bärische Bild erstmal wieder raus. Aber ansonsten, wir sind jetzt einfach klassisch in der tiefen Korrektur eines laufenden Abwärtstrends. Und wenn das Ganze rumdreht, haben wir doch deutlich Potenzial zur Unterseite, wie schon gesagt, Trend tief hier bei knapp 2.750 Punkten. Dann gibt es etwas tiefer noch das nächste Support Level hier, um das Trend tief auf dem Aufwärtstrend bei etwas über 7.220 Punkten. Und damit blicken wir noch in den technologielastigen Sektor. So, da habe ich gestern auch eine Anfrage oder eine Bitte bekommen, das hier doch mal zu beleuchten. Hier das gleiche Bild wie in den anderen US-Indizes. Auch hier hatten wir ja die Situation miteinander besprochen, dass wir die Schulter-Kopf-Schulter-Formation hatten. Also hier Schulter, Kopf, Schulter. Hier unten um die Marke von 7.250 Punkten. Das ist die sogenannte Nackenlinie. Das ist jetzt ein Bereich, wo wir wieder reingelaufen sind. Ganz normal wird das Ganze technisch auch immer mal wieder rausgenommen. Das ist ein ganz normales technisches Verhalten, was wir hier momentan am Markt sehen. Also nichts Ungewöhnliches, aber wir sehen es hier selbst. Wir sind weiterhin im Abwärtstrend. Und das, was wir hier sehen, ist die Gegenbewegung zu diesem ganzen Spiel. Und diese Gegenbewegung ist einfach normal in den Trends. Das heißt, wir sehen hier Anstiege innerhalb der regressiven Phase. Potenzial ist natürlich weiterhin da. Das aktuelle Trendhoch ist weit, weit, weit weg. Wir haben es hier oben stehen. Das High haben wir um die Marke von 7.600 und knapp 30 Punkten. Also das ist dieser Bereich hier oben, den wir da mit haben. Also hier oben ungefähr hier. Das ist der Korrekturbereich, bis in den die aggressive Korrektur laufen könnte. Wie schon gesagt, wir testen gerade das Level um die Nackenlinie. Das ist technisch nicht unrelevant und auch nicht selten, wenn der Markt rumdreht. Auch hier schön das Potenzial zur Trendfortsetzung. Das also hier im technologielastigen Index. Und ich wurde auch gefragt, wie weit sowas noch laufen kann. Ich kann an solchen Stellen sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Wenn wir uns auf die Trendtechnik so ein bisschen verlassen, dann kann man wirklich auch davon ausgehen, dass wir hier Korrektur sehen, die eventuell sogar bis hier hoch laufen könnte. Je nachdem, wie es überdehnt wird. Aber im Normalfall, wer sich hier auch auf gewisse gesunde Korrekturlevel verlässt und wir uns die Trends einfach mal anschauen. Wir haben jetzt 50% korrigiert. Es kann natürlich noch deutlich tiefer laufen, wenn man sich hier an den Fibonacci-Levels orientiert. Aber hier ist auch wirklich immer zu sehen, wenn wir dann irgendwann die Umkehrsignale bekommen, dann sind das die Zeichen, dass wir eher wieder in Richtung des übergeordneten Trends laufen. Und die müssen wir aktuell hier auch auf der Uhr mit haben. Also das der Blick in den technologielastigen Sektor und damit würde ich sagen, gehen wir in der aktuellen Geschichte weiter. Es ist jetzt kurz nach neun, heißt also hier an dieser Stelle die große Marktbesprechung haben wir hier vor dem Wochenende jetzt auch fertig. Fragen sehe ich keine. An dieser Stelle mache ich auf Facebook hier, bevor wir dann weitermachen, einen kurzen Break, dass wir ein zweites Video haben für die Besprechung des USB-Spucks. Also in zwei, drei Minuten geht es hier auf Facebook auch direkt live mit mir weiter. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf GoToWebinar, die bleiben einfach dran. Den Stream unterbreche ich nicht. Das läuft durch. Also bis gleich. Und allen, die jetzt schon ins Wochenende gehen oder in die Arbeit gehen und das zweite Video später anschauen, ein schönes Verlänger des Pfingstwochenende. Alle anderen bleiben dran. Bis gleich. Bis gleich.